Herzlich Willkommen zu einem neuen Film von KFTV. Heute bei mir die Outtakes und das Making-of zum Gesucht-und-Gefunden-Video. Danke, meine Damen und Herren. Mein Name ist KF, Medienproduktion. Heute ist er hier beim Video mit Neil Ryan. Wir machen heute einen Kinofilm, 25.000 Euro Video und ihr dreht auf einer Ketten 550C, schütteln auf links, Kamera, Full HD und los geht's, was muss ich mir so sagen. So, der ist scharf gestört, der Junge her. Und ich würde sagen, Playback. Musik 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 So, Making-of. Wenn ihr euch fragt, warum ist der Timo und ich da Timo zu sehen, habe ich schon angedreht. Ähm, müssen wir auch noch was Neues machen. Last Little Rain. Facebook-Seite jetzt eingeblendet und auch unten in der Beschreibung. Guckt mal draus. Und äh... Wir stehen hier grad vor meinem Haus. Soll ich mal von Weitem aufnehmen? Wir sagen mein Ort nicht, oder? Wir sagen besser nicht, wo ich wohne. Nee, weil ich straße noch. Komm. Könnt ihr mal kurz reingucken. Ich hatte heute keinen Bock, heute irgendwo hinzufahren, deswegen muss ich mir zu Hause drehen. Und äh... So, das hier ist mein Haus bei Pimpong. Fahr mit. Und ähm... Ja, heute drehen wir euch das Video. Zugesucht und... Hä? Richtig gefunden. Und ähm... Ist ein sehr schöner Track. Kann man sich auf jeden Fall geben. Könnt ihr auch bei iTunes kaufen. Und ähm... Wir warten jetzt, dass der Marble mit dem Auto kommt. Und dann werden wir wahrscheinlich zur nächsten Location fahren. Und dann... Werde ich mich ein bisschen schön anziehen. Ich hab hier einen schönen Cola-Flick. Cola-Flick. Was denn sonst? Hab ich gar nicht gemerkt, Alter. Und dann hab ich einen Cola-Flick. Und dann werde ich mich umziehen und dann werde ich meine Szene drehen. Und das werdet ihr dann sehen. Und ich werde wieder Just-to-be-hörnäßig abgehen. So wie hier. Ja. Ohhh... Woahhh... Woahhh... Ich zentricht in dir zu pflicht, in dir zu pflicht, in dir zu pflicht, in dir zu pflicht. JB, die Augen kann man auch zoomen. Und ja. Der KEF dreht jetzt sein Part. Warum? Wunderschönes warmes Wetter. So warm, wenn man schwitzt. Ich hab mich gerade schon so geschwitzt hab. Seh ich cool aus? Schreib's in die Kommentare. Voll geil, ich schwörste. Welche Mädchen, ne? Seh ich cool aus? Bitte wieder Daumen hoch. Like, geil. Wir haben jetzt ein Großzeitessen abgedreht und sind jetzt gerade unter Weg zu einer kleinen Mittagspause. KFC ist heute angesagt. Kentucky Fried Chicken, eine sehr renommierte Schnellressortskette. Wir haben schon einige Tätigkeiten. Ich zeig euch mal hier ein bisschen was. Hier bin ich einmal. Hier bin ich nochmal. Hier. Da sing ich ein bisschen was. Ja, hier bin ich auch nochmal. Ja. 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 Ich schlafe noch ein bisschen in die Kamera. Weil... Taschentuch? Nein. Ich hab ja ein T-Shirt. Mal gib mir deinen Eizkola-Feklis. Hier. Gib das doch. Darf ich? Darf ich? Lieber nicht. Eizkicht! So. Wir gehen jetzt eine Runde in den KFC. Wieder was essen. In den KFC haben wir ja schon zu Genüge mit Geld geschenkt. Dann können wir wieder gehen. Ah, ich bin nämlich Falgertin. Das hat mega Hunderbar. In den KFC-Feklis hat man noch einen KFC-Feklis. Einmal. 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 Hier noch den KFC-Feklis. Und jetzt noch mal die Bächse. Keine Döner. Das ist schön. Mhhh. Und hier schön mal den KFC-Feklis. So eine Snack. Mhhh. 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 Sauersauce noch einmal hier. Einmal hier. Und dann wird das mal hier schön weggegessen. Und dann wird das hier schön weggegessen. wenn ich meinen Hunger gestillt habe. So, das war's für das Making-Off. Und wir haben jetzt circa gegessen. Wir fahren jetzt nach Hause und wärmen uns auf. Und dann werde ich ein bisschen schneiden. Und dann werden wir bestimmt am Dienstag oder so noch ein bisschen was drehen. Und deswegen haut rein, guckt das Video, abgehen und tschüss. Das war das Making-Off und die Outtakes zum neuen, nee, zum letzten Video gesucht und gefunden. Das Video könnt ihr euch hier angucken. Und das nächste Video kommt jetzt am Freitag. Und zwar heißt es auch Snapback, G-Shock, Air Max, die neue Single. Alle unsere Singles könnt ihr natürlich bei iTunes kaufen. Die letzte Single gibt's da unten in der Videobeschreibung. Und die nächste Single kommt am Freitag mit dem Album Sex Street Boys von mir und Leint. Schaut ihn ein, habt Spaß damit, seid süß immer und liebkost euren Partner. Und wir sehen uns dann in der neuen Folge KFTV. Hoffentlich am Freitag. Ich muss mal gucken, wir haben gerade extrem viel Stress mit dem Album. Aber vielleicht auch später. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, tschüss, macht es gut, ich hab euch lieb und kauft das scheiß Album. Kauft das einfach, okay? Kauft es einfach.